Laura Maria Rüpper, Pietros Freundin noch mehr Babys Laura Maria Rüpper, 27, wurde erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mama, der kleine Leano Romeo hat das Licht der Welt erblickt und das Liebesglück von Pietro Lombardi. 30, und seiner Verlobten perfekt gemacht. So perfekt, dass die frisch gebackene Mama schon jetzt über noch mehr Nachwuchs spricht. In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan mit einem Augenzwinkern wissen, wann Baby Nummer 2 kommt. Laura Maria antwortet überraschend, du lachst. Also ich will mit Sicherheit noch zwei Kinder. Aber abwarten. Die Familienplanung im Hause Lombardi Rüpper ist also noch lange nicht abgeschlossen. Das Glück in ihrer Mitte nimmt neue Formen an. Cheyenne Ochsenknecht, 22, kann es kaum glauben. Ihr Baby hat innerhalb kürzester Zeit einen Riesensprung gemacht. Mein Bauch ist irgendwie über nach 30 Zentimeter mehr geworden. Schreibt sie in ihrer Instastory zu einem erstaunt wirkenden Selfie-Boomerang. Noch vor einer Woche zeigte das Model seine zauberhaften Schwangerschaftsrundungen bei einem Fotoshooting. Inzwischen scheint das Kügelchen neue Dimensionen erreicht zu haben. Einen Blick auf den aktuellen Status verwehrt Cheyenne bisher noch ihrer Community. Die 22-Jährige bewies bereits Zurückhaltung bei der Verkündung der Baby-News. Bereits im Dezember 2022 kursierten Gerüchte über eine neue Schwangerschaft. Doch erst zum Jahreswechsel bestätigten die Tochter von Natascha Ochsenknecht, 58, und ihr Mann Nino Sivkovitz ihr süßes Geheimnis. Das Paar lebt mit der gemeinsamen Tochter Mavie. 1, in Österreich und bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ab dem 13. Februar erfahren Fans von Cheyenne vermutlich mehr über ihre Familienplanung. Dann startet auf Sky die zweite Staffel der Reality-Doku Diese Ochsenknechts. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Pro-Minus der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bilde, RTL. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bilde, RTL. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bilde, RTL.